Hallo, grüß dich. Stell dir einmal vor, du könntest ein Problem, was du seit Jahren mit dir rumträgst oder irgendeine Angst, irgendeinen inneren Widerstand, den du wirklich schon Jahre, Jahre hast, innerhalb von 10, 15 Minuten auflösen. Was würde das für dich bewirken? Bestimmt was ganz Wunderbares, oder? Ich bin Anja Maria Stieber und ich begleite Menschen seit 22 Jahren vom Kopf ins Herz. Und in diesem Zusammenhang habe ich eine Methode entwickelt, die genau das bewirkt, was ich dir eben gesagt habe. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es war 2007. 2006 hatte ich die Methode von einer Psychologin gelernt, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und 2007 hatte ich eine Situation, wo eine Klientin in meinem Büro saß und hatte Panik, nach Hause zu gehen. Sie hatte eine Trennung hinter sich und Panikattacken entwickelt, wenn sie nach Hause geht. Also wenn sie nach Hause kommt und sich dann da gar nicht wohl fühlt. Und die saß jetzt bei mir im Büro und wollte nicht gehen. Und ich sagte ihr, du musst aber irgendwann mal nach Hause gehen. Und dann sagte sie in ihrer Verzweiflung, du hast doch so eine Methode, mit der kannst du das doch für mich auflösen. Vielleicht geht es ja dann weg. Zu dem Zeitpunkt war mir es noch etwas unangenehm, diese Methode einzusetzen, weil ich sie nicht verstanden habe. Aber wir haben das gemacht, wir haben dieses Thema bearbeitet, die Trennung, die Panik, die Einsamkeit oder vielmehr die Angst und die Panik, sich einsam und leer zu fühlen. Wir haben das bearbeitet und dann ging sie nach Hause. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Und am nächsten Morgen hat sie sich bei mir gemeldet und gesagt, dass sie gar keine Panik hatte. Sie kam nach Hause und sie war ruhig und es ging ihr gut. Und sie ist dann auch direkt schlafen gegangen, hat auch gut geschlafen und fühlt sich in ihrer Wohnung wieder recht wohl. Und so habe ich ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln dürfen mit meinen Klienten, die mit ganz unterschiedlichen Themen zu mir gekommen sind. So, und jetzt wird es interessant für dich. Ich werde diese Methode dir beibringen. Du kannst sie lernen und du kannst sie für dich selbst anwenden. Und in dem Zusammenhang habe ich mich entschlossen, einige Videos zu machen und einen Videokurs mit ganz vielen Erklärungen, wie diese Methode funktioniert. So, dass du innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von Stunden, diese Methode selber anwenden kannst. Ja, und dich auf diese Art und Weise von all den blockierenden Dingen lösen kannst, die deinen Alltag erschweren, die verhindern, dass du deinen nächsten Karriere-Schritt machst, die Angst machen, die Angst machen, vor Gruppen zu sprechen, die Angst machen vor dem Fliegen, Höhenangst. Es gibt ganz, 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 ganz viele Themen, die ich dir jetzt erklären könnte. Das wirst du allerdings in den Videotrainings von mir erfahren. Das, was du jetzt tun kannst, ist ganz einfach. Trage dich hier unten in die Warteliste ein. Du bekommst von mir E-Mails. Erstmal eine Hallo, du bist auf der Liste E-Mail und dann Informationen, wann es losgeht. Bis dann. Tschüss.